Ich bin Vorstand vom VBV und gleichzeitig Präsident der Prüfungskommission. In dieser Rolle bin ich verantwortlich für die Qualität der eidgenössischen Fachprüfungen. Ich glaube, Bildung ist wie Seitenkarte der ganzen Branche. Für mich ist es einfach etwas schönes, wenn ich mit Leuten, mit Absolventen rede, wenn ich mit Referenten rede, wenn ich mit Experten rede, die sich alle engagieren, alle einen Beitrag leisten und das System weiterentwickeln. Das ist ein Teil davon, was ich selbst erlebt habe. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Kennst du diese Brauerei St. Johann? Dort bin ich sogar Aktionär. Du bist Aktionär? Ja. Wir gehen aber nie an die GV. Wir gehen einfach einmal pro Jahr dorthin und trinken ein bisschen Bier. Ich weiss nicht, was es gibt. Und ich bin auch als Dockenburger. Also im Herzen bin ich immer Dockenburger. Für dich. 1